Musik Hi, eine Sache noch, habe ich auch nicht erfunden. Hat mir auch ein Kumpel mal gezeigt. Mir fällt immer wieder auf, dass in ganz vielen YouTube-Reviews von Messern sind irgendwelche Leute, so Schreibtischtäter sehe ich da, die da zeigen und mir dann erzählen. Die machen dann so und machen dann so. Guckt euch das mal an, so. Ja, das Messer macht auch ganz tolle Feathersticks. Da kann man ganz toll mit Feathersticks machen. Dann guckst du dir an, hä, Magal, das sind vielleicht Erzgebirgsholzlocken für eine Weihnachtspyramide, aber das hat nichts mit Feathersticks zu tun. Featherstick ist lang, lange Späne, lang, damit da richtig was rein funken kann. Und für Feathersticks gibt es diesen Trick und den zeige ich euch mal eben. Es dreht sich darum, erstmal braucht ihr ein scharfes Messer, ein gutes Messer, so ein Scandi-Buschkrafter geht dafür natürlich super toll. Dann legt ihr eure Klinge hier aufs Knie, kippt das Knie ab und benutzt das hier als Widerlager. Und dann schabt ihr so entlang und dann kriegt ihr richtige Holzlocken. Ein bisschen Winkel verändern. Jetzt hakt er hier ein bisschen. Und das sind dann Fässersticks. Damit kann man Feuer anmachen und hat auch gleich richtig Flamme. Davon ein paar Stück aus Fichte, Birke oder weiß der Geier was, da kommt richtig was bei rum. Einfach hier ins Knie rein, in die vorne an der Patella, da wo der Moniskuspunkt ist, da wo es immer schön wehtut, wenn der Doktor drückt. Und dann einfach hier so lang hobeln. So ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht die Spitze hier in die Hand rammt. Gerade bei so einem Bushcrafter ist die meist sehr scharf und spitz. Also, deswegen, nehmt keine Messer-Reviewer ernst, die vor euch so sitzen und sagen, der macht ganz tolle Fässersticks, kann man mit dem Messer machen. Echt spitze, guckt mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017